Die EU ist in ihrem Regulierungswahn nicht mehr zu bremsen, es geht nur noch darum, das Leben für die Bürger schwieriger zu machen, die Kosten zu steigern und dem Bürger dauernd irgendwelche neuen Knüppel in die Beine zu schmeißen. Und oft genug kommen dabei auch nur Sesselfurz-Ideen raus, wie jetzt eine neue Idee aus der EU zeigt. Denn als hätten wir nicht schon genug Kosten im Hals, soll es jetzt auch noch eine Versicherungspflicht für Aufsichtsrasenmäher geben. Bis jetzt galt immer, Fahrzeuge, die weniger als 20 km pro Stunde unterwegs sind, brauchen bislang keine Versicherung. Das kann so nicht bleiben, findet die Regierung, als hätte sie nichts anderes zu tun. Man kann es kaum glauben, im als regelwütig geltenden Deutschland gibt es tatsächlich Kraftfahrzeuge auf den heimischen Straßen, für die es bislang keine Versicherungspflicht gibt. Dann nämlich, wenn sie sich langsamer als 20 km pro Stunde befortbewegen. Das kann der Aufsichtsrasenmäher, poetischer Reitermeer, des Landschaftspflegers sein oder der alte Traktor, mit dem der Jugendliche erste Fahrerfahrungen auf dem Waldweg sammelt. Auch der Gabelstapler des Getränkehändlers um die Ecke kam bislang ohne Versicherungspflicht aus. Ein Problem? Nein, sagt der Gesamtverband der Versicherer, GDV. Denn die langsamen Arbeitsmaschinen sind in der Regel über die allgemeine Haftpflichtversicherung der Halter mitversichert. Also über die Privathaftpflicht des Bürgers oder die Betriebshaftpflicht des Unternehmers. Oder des Landwirtes. Die Bundesregierung will das ändern und die Versicherungspflicht auf Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit zwischen 6 und 20 km pro Stunde ausweiten. Künftig wäre dann zwingend eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Möglich soll das, wie bisher, die Absicherung über eine allgemeine Haftpflichtpolizei sein. Bei der aber in vielen Fällen höhere Versicherungssummen gelten müssten. Oder aber eben über eine Kfz-Haftpflichtdeckung. Wer das Fahrzeug nicht versichert, muss mit Sanktionen rechnen. Und zwar bereits ab Ende Dezember 2023. Aber selbst der Versicherungsverband ist gegen diese Änderung. Denn der Verband befürchtet steigende Kosten für Halter von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern. Durch die geplante Regelung. Die Versicherungssummen müssten künftig auf das in der Kfz-Versicherung geltende Niveau angehoben werden. Für Personenschäden sind hier 7,5 Millionen Euro vorgeschrieben. Für Sachschäden 1,5 Millionen Euro. Und für Vermögensschäden immerhin noch 50.000 Euro. Mehrere hunderttausende Verträge müssten entsprechend angepasst werden, warnt der Verband. Hintergrund des Gesetzentwurfes ist eine EU-Richtlinie zur Kfz-Haftpflichtversicherung und zur Versicherungspflicht, die weitgehend bis zum 23. Dezember 2023 umgesetzt werden muss. Ein Schwerpunkt der Richtlinie liegt in einer Vereinheitlichung der Entschädigung von Verkehrsopfern im Fall der Insolvenz eines Autoversicherers. Ende September hat der Bundestag den Gesetzentwurf ohne Aussprache an den Rechtsausschuss des Parlaments verwiesen. Wann sich die Fachpolitiker dort mit dem Vorhaben beschäftigen, stand am vergangenen Mittwoch noch nicht fest. Zuvor hatte die Bundesregierung auf Anregung des Bundesrates angekündigt, eine Verschiebung der bereits für Ende Dezember vorgesehenen Strafen bei Nichtversicherungen zu prüfen. Die gute Nachricht, die neue Versicherungspflicht soll nur dann gelten, wenn Fahrzeuge auf öffentlich zugänglichem Gelände zum Einsatz kommen. Das ist beim Gesamtverband Deutscher Versicherung. Wer den Reitermeer also auf dem eingezäunten heimischen Garten bewegt, muss keine höhere Rechnung von der Versicherung befürchten. Aber selbst wenn der kleine Gartenbesitzer für seinen Mäher keine Versicherung bezahlen muss, dann trifft es uns doch wieder alle, indem der Getränkelieferant zum Beispiel für seinen Gabelstapler bezahlen muss. Und der wird die höhere Rechnung natürlich wieder auf die Getränkepreise aufschlagen. Was bleibt ihm denn anderes übrig? Und so trifft es wieder einmal uns alle. Wie so oft. Unsere Bundesregierung und die EU sollen sich lieber um wirkliche Probleme kümmern und nicht um Dinge, die seit Jahrzehnten wunderbar funktioniert haben, wo man jetzt plötzlich ein Problem sieht und daran basteln muss. Wir haben genug andere wichtige Baustellen, wo Handlung dringender erforderlich ist.